Lisa, eine Beineskippe im Fitnessstudio. Digga, warte wieder, Aaron muss Beine zerstören. Digga, hab ich da gerade Beine gehört? Digga, wo bist du schon wieder? Ich bin überall. Das ist keine Beinmaschine. Das ist eine Bizepsmaschine. Ich zeig dir, wie das geht. Erstmal gehst du hierhin. Und dann machst du einfach Bizeps Curls. Alles klar, Digga. Digga, schau dich an. Du hast eine kurze Hose an. Digga, scheiß drauf. Ich geb dir einfach meine.